Edmund Dullak Ivan und das kastanienbraune Pferd Gelesen von Jasmin Stab In einem fernen Land, in dem sie die Menschen dazu anhalten, existenzielle Geheimnisse für sich zu bewahren, lebte ein alter Mann, der seine drei Söhne genauso erzogen hat, wie sie sein sollten. Er brachte ihnen Regeln bei und zeigte ihnen auch, welche Bücher sie lesen und wie sie diese lesen sollten. Er achtete besonders auf ihre Ausbildung, denn er hatte gelernt, dass Dinge zu wissen die Voraussetzung ist, sie auch tun zu können. Als er schließlich starb, versammelte er seine drei Söhne um sein Sterbebett und warnte sie. »Vergisst nicht«, sagte er, »vergisst nicht zu kommen und die Gebete an meinem Grab zu lesen.« »Wir werden es nicht vergessen, Vater«, antworteten sie. Die beiden älteren Brüder waren große, stramme Burschen, aber der jüngste, Ivan, war ein schmales Büschchen. Als sie alle um das Bett ihres sterbenden Vaters standen, sah er im Vergleich zu seinen stolzen, kräftigen älteren Brüdern wie ein Schilfrohr aus. Aber seine großen Augen waren voller Feuer und Geist, und der feste Ausdruck seines Mundes zeigte große Entschlossenheit. Und als der Vater seinen letzten Atemzug gemacht hatte und seine beiden älteren Brüder ohne Zurückhaltung weinten, blieb Ivan stumm. Sein blasses Gesicht erstarrt, und seine strahlenden Augen ließen sich nicht von Tränen erweichen. An dem Tag, an dem sie ihren Vater beerdigten, kehrte Ivan am Abend zum Grab zurück, um Gebete darüber zu lesen. Als er das getan hatte und sich auf den Weg nach Hause machte, hörte er hinter sich ein großes Trappeln von Hufen. Dann, als er den Dorfplatz erreichte, hielt der Reiter an und stieg in seiner Nähe ab. Nachdem er laut auf seiner silbernen Trompete geblasen hatte, »Denn er war der Bote des Königs«, schrie er mit lauter Stimme, »Alle, jeder Mann, jede Frau und jedes Kind, vernehmen im Namen des Königs.« »Es ist der Wille des Königs, dass diese Bekanntmachung in jeder Stadt und jedem Dorf, in dem seine Untertanen wohnen, verbreitet wird.« Die Königstochter, Prinzessin Helena die Schöne, hat sich einen Schrein mit zwölf Säulen und zwölf Balkenreihen bauen lassen. Und sie sitzt dort auf einem hohen Thron, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Bräutigam ihrer Wahl vorbeikommt. Und so soll sie ihn kennenlernen. Mit einem Sprung seines Rosses erreicht er die Höhe des Bauwerks. Und in diesem Zug küsst er die Lippen der Prinzessin, während sie sich von ihrem Thron beugt. Der König hat befohlen, dies über das gesamte Land zu verkünden. Denn wenn sich jemand dazu in der Lage hält, diese Aufgabe zu erfüllen, um die Prinzessin für sich zu gewinnen, so soll er es versuchen. Im Namen des Königs habe ich gesprochen. Wo immer diese Verkündung vernommen wurde, entflammte Tatendrang und Euphorie, und junge Männer machten sich ans Werk und sprangen, um die Lippen von Prinzessin Helena der Schönen zu erreichen. Alle fragten sich, wem dieses glückliche Schicksal wohl zufallen würde. Einige sagten, es sei sehr wagemutig. Andere behaupteten, es hänge von der Sprungkraft des Pferdes ab. Und wieder andere sagten, es hänge nicht nur vom Ross, sondern auch von den heldenhaften Fähigkeiten des Reiters ab. Als die beiden anderen Brüder die Botschaft des Königs vernommen hatten, sahen sie sich an. Es war ihnen klar, dass sie es auch versuchen wollten. Ebenso klar war ihnen, dass Ivan, der Jüngste, völlig außer Konkurrenz stand. Denn sie alleine waren ja zwei großartige, gutaussehende Kerle. Brüder, sagte Ivan schließlich, unser erster Gedanke muss sein, den sterbenden Wunsch unseres Vaters zu erfüllen. Aber wenn ihr dies vorzieht, können wir ja abwechselnd die Gebete über dem Grab unseres Vaters lesen. Lass es die Aufgabe eines jeden von uns sein, die Pflicht, jeden Morgen und Abend zu erfüllen. Die älteren Brüder stimmten dem ohne weiteres zu. Aber als Ivan fragte, wer morgen an der Reihe sein sollte, begannen beide, sich zu entschuldigen. Was mich betrifft, sagte der Älteste, muss ich gehen und die Arbeit auf der Farm erledigen, die mein Vater mir hinterlassen hat. Und das wird sieben Tage dauern. Und ich, sagte der Mittlere, ich muss mich um die Anwesen kümmern, das mein Teil des Erbes ist, und das wird auch sieben Tage dauern. Dann werdet ihr euren Beitrag leisten, wenn ich die Pflicht sieben Tage lang erfüllt habe, antwortete Ivan. Seine Brüder stimmten zu. Dann gingen sie ihren Weg, Ivan voller Gedanken an seines Vaters Grab, und die anderen beiden, um ihre Springpferde zu trainieren, der eine auf seiner Farm und der andere auf seinem Anwesen. Und die beiden lachten vor sich hin, denn keiner kannte die Absicht des anderen. Sie kräuselten ihre Haare, säuberten ihre Zähne und übten das Formen ihrer Münder zu einem Kussmund vor dem Spiegel, so dass sie, wenn sie mit ihren prächtigen Rossen die Höhe der Lippen der Prinzessin erreichen würden, um den Preis zu gewinnen, auch eine gute Figur machten und siegreich hervorgingen. Was ihren kleinen Bruder anging, so dachten sie beide, er könne so lange über das Grab ihres Vaters beten. Es wäre das Beste, was er tun könnte, und es würde ihre geheimen Pläne nicht stören, die beide sorgfältig vor den anderen verborgen hielten. Sieben Tage lang ritten sie voneinander getrennt auf ihren Pferden herum und träumten in der Nacht von den größten Sprungleistungen. Am Ende der sieben Tage forderte der Jüngste sie auf, ihre Zustimmung zu halten und fragte, wer von ihnen die Gebete für die zweiten sieben Tage morgens und abends lesen würde. »Ich habe meinen Teil getan«, sagte er. »Jetzt ist es an euch zu vereinbaren, wer die heilige Pflicht fortsetzen soll.« Die beiden älteren Brüder sahen zuerst sich an und dann Ivan. »Was mich betrifft«, sagte einer, »ist es mir egal, wer es tut, solange ich frei bin, mit meinem Geschäft fortzufahren, was wichtiger für mich ist.« Der andere sagte, »Mir ist nicht danach, jeden Grashalm auf dem Grab wachsen zu sehen. Ich kann es mir zeitlich nicht erlauben. Ich bin zu beschäftigt. Du, Ivan, du bist anders. Du bist kein Mann der Dinge. Wie könntest du deine Zeit besser verbringen, als mit Gebeten über dem Grab unseres Vaters zu lesen?« »Okay«, antwortete Ivan, »Ihr zu eurer Arbeit zurück und ich werde mich noch sieben Tage um die heilige Pflicht kümmern.« Die beiden älteren Brüder gingen getrennte Wege und widmeten sich sieben weitere Tage lang ganz der Ausbildung ihrer Pferde für den fliegenden Sprung an die Lippen der Prinzessin. Sie brächten wie verrückt über die Felder. Sie übersprangen Hecken und Kräben, sie kräuselten ihre Haare, färbten ihre Schnurrbärte und übten mit ihren Lippen. Das war alles, woran sie noch denken konnten. Tatsächlich verbrachten sie so viel Zeit damit, dass sie begannen, ihre Mahlzeiten und die ihrer Pferde zu vernachlässigen. Mit anderen Worten, sie zeigten Anzeichen von Erschöpfung. Am Ende der zweiten sieben Tage rief Ivan sie erneut zu einem Familienrat und fragte, ob einer von ihnen nun die heilige Pflicht übernehmen könne. Aber nein, sie dachten zu sehr über Pferde und Lippen und über Küsse und Sprünge nach, so dass sie sagten, die Felder müssten bestellt, Samen müssten gesät werden und es gäbe so viele Dinge, die noch getan werden mussten. Ihre Ansicht war, und sie meinten es durchaus gut, dass Ivan mehr als erfreut sein sollte, diese angenehme Bürde des Lesens von Gebeten über dem Grab ihres Vaters zu tragen. In der Tat würde nichts als der strenge Ruf der unmittelbaren Pflicht, sie dazu zwingen, eine so angenehme Aufgabe aufzugeben. So sei es, sagte Ivan, ich werde die heilige Pflicht für weitere sieben Tage erfüllen. Aber als er sprach, bemerkte er das gekräuselte Haar und die gefärbten Schnurrbärte seiner Brüder und lernte daraus und aus den Blicken des plötzlichen Misstrauens und der Eifersucht, die zwischen ihnen ausgetauscht wurden, dass sie beide in dieselbe schöne Frau verliebt waren. Aber er behielt es für sich und überließ sie ihren eigenen Sorgen. Am Ende der letzten sieben Tage, nachdem Ivan die Gebete fromm gelesen hatte, rief er seine Brüder herbei. Aber sie kamen nicht. Beide schickten Nachrichten, in denen sie sagten, dass sie furchtbar beschäftigt wären und dass er bitte so gut sei, die heilige Pflicht fortzusetzen. Sie würden später ihren Beitrag dazu leisten. Ivan akzeptierte es und las die Gebete über dem Grab des Vaters weiter. Inzwischen bereiteten sich die beiden älteren Brüder weiterhin auf den großen Flugsprung vor und jeder fragte sich, ob Ivan diese großartige Heldentat gerne sehen würde. Es könnte einen Mann aus ihm machen, dachten sie. Es fehlt ihm insgesamt an Ehrgeiz und eine große Tat zu sehen, könnte ihn dazu bewegen, selbst ein großer Held zu werden. Aber dennoch, ich fürchte, es würde niemals funktionieren. Er ist so schmächtig, so unbedeutend. Ich denke, ich sollte von so einem Bruder lieber loskommen, anstatt ihn irgendwo mit hinzunehmen. Nein, er ist besser dran, wenn er Gebete über dem Grab unseres Vaters liest. Also beschloss jeder anzutreten, ohne Ivan etwas davon zu sagen. Der Morgen des großen Tages kam. Der älteste Bruder hatte aus seinen Pferden einen prächtigen schwarzen mit wallender Mähne ausgewählt. Der zweite Bruder hatte sich einen ebenso prächtigen braunen ausgesucht. Und bei Sonnenaufgang, jeder von beiden nicht wissend, was der andere im Schilde führte, kämmten sich beide, frisierten ihre gekräuselten Haare, färbten ihre Schnurrbärte neu und putzten sich heraus für die wunderbare Demonstration ihrer Tapferkeit, die dieser Tag hervorbringen sollte. Und sie vergaßen nicht sicherzustellen, dass ihre Lippen auch fit für den hohen Kuss waren, nachdem sie sich sehnten. Zur festgesetzten Zeit ritten sie zu der Absperrung und zogen ihre Lose. Und keiner war besonders überrascht, seinen Bruder unter den vielen Konkurrenten, die um die Hand von Helena anhielten zu sehen. Die Überraschung kam später, als Ivan gegen Abend am Grab ankam, nachdem seine Brüder gescheitert waren, an die Lippen der Prinzessin zu springen, wie jeder andere auch. Ivan las die Grabgebete seines Vaters. Plötzlich überkam ihn ein starkes Gefühl, und er hörte auf zu lesen. Er war erfüllt von der Sehnsucht, Helena das Schönen nur einmal ins Gesicht zu sehen, obwohl er wusste, dass die Prächtigsten im Land mit ihren wunderbaren Rossen um ihre Gunst konkurrierten. Diese Sehnsucht war so stark, dass er zusammenbrach und sich über das Grab seines Vaters beugte und bitterlich weinte. Und dann passierte etwas Seltsames. Sein Vater hörte ihn in seinem Sarg und schüttelte sich von der feuchten Erde und kam heraus und stellte sich vor ihn. »Weine nicht, Ivan, mein Sohn!« sagte er. Und Ivan sah auf und erschrak bei seinem Anblick. »Nein, mein Sohn, fürchte mich nicht!« fuhr sein Vater fort. »Du hast meinen letzten Wunsch erfüllt, und ich werde dir in deinen Schwierigkeiten helfen. Du willst das Gesicht von Helena der Schönen schauen? So soll es sein!« Damit richtete er sich auf und seine Erscheinung war beeindruckend. Dann rief er mit lauter Stimme und als das Echo seiner Töne nachließ, hörte Ivan, wie sie sich in den weit entfernten Schlag der Hufe eines Pferdes verwandelten. Nachdem er eine Weile zugehört hatte, rief sein Vater erneut und diesmal war das Echo das Viren eines Pferdes und das galoppierende Hufen. Es schien jenseits des Hügels zu sein und Ivan sah auf und wunderte sich. Ein drittes Mal rief sein Vater und immer näher kam das galoppierende Geräusch, bis schließlich mit einem donnernden Schnauben und einem lauten Viren ein wunderschönes kastanienbraunes Pferd auftauchte. Dreimal um sie kreiste und dann mit seinen zwei Vorderbeinen nahe bei ihnen zum Stehen kam und aus seinen Augen, Ohren und Nasenlöchern loderten feurige Flammen. Dann hörte er eine Stimme und Ivan wusste, dass es die Stimme des Pferdes mit dem stolz gewölbten Hals und der wallenden Mähne war. Was ist dein Wille? Befehle es mir und ich gehorche. Der Vater nahm Ivan bei der Hand und führte ihn zum Kopf des Pferdes. Schlüpfe hier am rechten Ohr hinein, sagte er, und am linken Ohr wieder hinaus. Auf diese Weise kannst du dem Pferd befehlen und es wird alles tun, was du dir von einem Pferd wünschen kannst. Also kletterte Ivan ohne zu zögern am rechten Ohr des kastanienbraunen Pferdes hinein und kam links heraus. Nun war er kein verträumter Jugendlicher mehr. Sofort verwandelte er sich in einen Mann der Tat und der Ehrgeiz leuchtete in seinen Augen. Nun geh und gewinn die Prinzessin Helena, die Schöne, sagte sein Vater und verschwand sofort. Mit einem Satz sprang Ivan auf das Pferd und in einem Augenblick ritten sie wie ein Blitz auf den Schrein von Helena, der Schönen, zu. Die Sonne ging unter und die beiden trostlosen älteren Brüder wollten sich gerade vom Feld zurückziehen, als sie erschrocken von den Rufen der Menschen ein Ross galoppieren sahen, das in einem gewaltigen Tempo angeritten kam. Sie drehten sich um und bemerkten, wie Helena die Schöne enttäuscht von allen anderen sich vorbeugte, um den entgegenkommenden Reiter zu beobachten. Und die ganze Menschenmenge wartete auf das mögliche Ereignis. Es war das kastanienbraune Pferd, dessen Nasenflügel Feuer schnaubten und dessen Hofe die Erde erschütterten. Er näherte sich dem Schrein und das Pferd erhob sich mit gekonnter Führung zu einem fliegenden Sprung. Der gewagte Reiter sah auf und die Prinzessin beugte sich vor, aber er konnte ihre Lippen nicht erreichen. Die versammelte Menschenmenge, die ihn umringte, stand still, als das kastanienbraune Pferd mit seinem Reiter wendete und erneut Anlauf nahm. Und dieses Mal trug das tapfere Ross seinen Reiter mit einem herrlichen Sprung in die Höhe, so dass er den Duft der Prinzessin vernahm, seine Lippen aber die ihren nicht trafen. Wieder kehrten sie um, während alle still und angespannt dastanden. Wieder stieg das kastanienbraune Ross zum Sprung auf und diesmal trafen die Lippen von Ivan die der Prinzessin in einem langen, süßen Kuss. Denn das Pferd schien an der Spitze seines Sprunges in der Luft zu verweilen, solange dieser Kuss andauerte. Während sich die Prinzessin umschaute, erreichten Pferd und Reiter den Boden und verschwanden wie vom Blitz getroffen. Sofort strömte die Menge der Zuschauer herbei. Wer ist er? Wo ist er? waren die Rufe der Menge. Er küsste sie auf die Lippen und sie küsste ihn. Schau sie an! Das kann doch nicht wahr sein! Tatsächlich entflammte in Prinzessin Helena des Schönen die Liebe. Sie beugte sich vor und suchte mit ganzer Seele im Staub, der von den Hufen des Pferdes aufgewühlt war, ihren Geliebten zu entdecken. Aber sie konnte nichts sehen und sank in ihren Schrein zurück. Sie spürte noch immer den Kuss auf ihren Lippen und schmolz dahin, während die Leute enttäuscht, aber sehr verwundert dastanden. Unter ihnen waren die älteren Brüder, die nachsahnen, wie sie ihre gut ausgebildeten Pferde zum Vorteil verkaufen könnten, obwohl sie damit beide verdammt nah an den Lippen der Prinzessin gewesen waren. Wohin war Ivan auf dem kastanienbraunen Pferd geflogen? Er verlor die Zügel, als er sich nur um den Kuss kümmerte und ließ sein Ross los, das jetzt vor dem Grab seines Vaters zum Stillstand kam. Dort stieg er ab und das Pferd kehrte sich um. Als ob sein Auftrag erledigt wäre, galoppierte es davon. Ein Regenbogen kam herab und nahm das Pferd auf. Nun war Ivan allein vor dem Grab seines Vaters. Noch einmal verneigte er sich im Gebet. Wieder erschien sein Vater vor ihm. Du hast es gut gemacht, mein Sohn, sagte er. Du hast meinen Wunsch vom Sterbebett erfüllt, aber mein Lebenswunsch muss noch erfüllt werden. Morgen wird Helena das Volk herbeirufen und ihren Bräutigam fordern. Sei du da, aber sag nichts. Damit war Ivan allein. Am nächsten Tag fand eine große Versammlung im Palast statt und mittendrin saß Prinzessin Helena die Schöne und forderte ihren Bräutigam, derjenige, der an ihre Lippen gesprungen war und ihr Herz gewonnen hatte. Nicht nur ihr Herz, ihre Seele und ihr Körper sollten ihm gehören, sondern auch die Hälfte ihres kommenden Königreiches. Sie selbst war sein, doch wo war er? Die Suche wurde unter den Höchsten im Land durchgeführt, aber aus Angst vor der Forderung nach Wiederholung des Sprunges und des Kusses trat keiner hervor. Ivan saß hinten als bescheidener Zuschauer. Sie denkt an diesen Sprung und diesen Kuss, sagte er sich. Sie soll mich aber so nehmen, wie ich bin. Liebe, obwohl sie blind macht, hat auch Augen. Die Prinzessin erhob sich von ihrem Platz und warf einen Blick über die Menschen. Sie sah die beiden hübschen, älteren Brüder und ging an ihnen vorbei, als wären sie Dreck. Plötzlich sah sie von der Liebe geleitet in einer schattigen Ecke den Held des kastanienbraunen Pferdes sitzen, ihn, der so hoch gesprungen war und ihre Lippen im ersten süßen Kuss erreichte. Sie erkannte Sie erkannte ihn sofort und während alle verwundert zuschauten, machte sie sich auf den Weg zu dieser dunklen Ecke, nahm ihn wortlos bei der Hand und führte ihn am Ehrendhron vorbei zu einem Platz, wo sich während dem freudigen Jubeln der Menschen, das laut in ihren Ohren dröhnte, ihre Lippen ein zweites Mal trafen und die versammelte Menge tat Freudensprünge. In diesem Moment trat der König hinzu und sah alles mit an. Na, was ist denn hier? Er lächelte, denn er stellte nicht nur fest, dass seine Tochter ihren Gemahl gefunden hat, sondern, dass er auch ihre Wahl gut hieß. Mein Sohn, fügte er hinzu, ohne auf eine Antwort zu warten, ihr beide werdet nach mir regieren, so soll es sein und jetzt lasst uns zum Abendessen gehen.